Oh Juge! Holy shit! Kommt ihr jetzt oder? Ja, ich muss die Stahlwolle noch fertig machen. Dann lass einfach gleich für drei Positionen machen, oder? Ja, drei Leute schuten auf jeden Fall. Chris, der Rentner macht es frontal. Warum nenne ich ihn eigentlich Rentner? Wir bereiten jetzt hier erstmal die Stahlwolle vor. Könnt ihr euch helfen? Mach mal hier ein Fetz raus und stopf mal so viel wie geht hier rein. Einfach abreißen. Digga, das ist der von meiner Oma von WMF und der ist am Ende am Arsch, das weiß ich jetzt schon. Stehen die jetzt da vorne mit dem Objektivschirm? Start? Start? Nee. Stopp. Startiv. Nee, da hatten wir es mit Draht gemacht und dann ist uns nicht zweimal rausgeflofen und der hat sich fast den Bulldash abgefackelt. Äh, hast du... Das war wohl cool. Erzähl mal, wie machen wir. Und der andere Profi. Du hast ja vorne bei dem kleinen Rechtshass und Blende Ich bin so lost. Das sind üben wir ja, Jungs. Ganz kurz schweigen. Das ist ja gar nicht safe. Das ist ja... Das ist ja geil. Das sag ich ja. Da ist es nass. Wir hätten das krasse Licht noch mitnehmen sollen zum Nachhinein. Ja, da kommst du hin. Der Rettner baut schon mal auf. Aaaah! Jo, passt das oder was? Ja, wer geht jetzt ran oder was? Wer haukt deinen Busch? Wie Aaron, du Lappen. Äh, Trey, du einmal, warte mal. Ich versuch mal hier einen Top mit dem Kopf. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Boah! Ich bin ganz nass. Einer stellt sich da auf diese Insel, gucke. Auf jeden Fall ich. Dann machen wir alle Taschen, dann maus, das ist wichtig. Und dann zünden wir das an und zu gehen. Ich bin gerade, als das falsche Rechen kommt, muss meine Kamera noch eine ganze Zeit stellen. Alter! Christoph, die rein oder was? So, die rein. Minimal kalt, Alter. Kalt? Ja. Wer ist Ellen? Die muss ein bisschen luftiger sein, weil da muss Luft hinkommen, das ist das Ding. Ich hab mal reingestoppt. Junge, der erfahrene Busch. Gummischiefe sinds halt wirklich. Einfach mitten in der Landschaft. Dachstativ. Leucht mal kurz von hier. Sieht wild aus. Alter, geh mal kurz. Scheiße. Unverwacht jetzt angelehnt. Man sieht... Hebt mal hier. Hebt mal hier. Danke. Man sieht das Setup halt einfach nicht. Ich feier einfach Aaron im Busch. Alle ready? Ja. Gib ihm. Ist die Stube in der Karte? Ja, gib ihm. Hauptsache, er kriegt seinen Fokus peaking. Sieht auch bis Winterbach. Ja, jetzt kannst du nochmal drücken. Nein, noch nicht. Nee, er ist halt echt auf Next Level. Boah, ich weißte. Fast noch raus. Das war ein Display, du ***. Oh, Yuki! Oh, Yuki! Geflogen. Lösch das da unten mal kurz flimmern. Wo ist das erste Teil? Will das؟ Alles kase. Es ist nicht ganz... Jetzt konnte ich einfachombres holen. Outro Aron, wie war der Shot? Ich sitz scheiß, aber... 10 von 10 Der Rentner immer noch im Wasser Wie ein geiler Arsch Junge, schneid jetzt den scheiß Arsch ab, der Nerv Junge, der Rentner ist am Kämpfen Okay, ich lass dich mal mit dem Arsch alleine Okay, warte Hey, was macht ihr jetzt mit dem Arsch? Ja, lass den weg machen Junge, der Nerv ist zu heftig Guck mal Junge, was macht der? Ihr macht den Arsch weg Die kommt dann nie wieder runter Die armen weißen Schuhe Bruno, Kamera an Das sieht so geil aus, lieber Digga, halt ihn, halt ihn Das wird nicht so abfetzt Oh, Junge, nicht so viel auf einmal Auf und und da einen Flop rein Fällt der auch in die richtige Richtung Digga, wie scharf ist das Messer? Der braucht schon ne Axt, Alter Wenn's mal da los? Kannst du beweisen, warum dem Jim bist? Ey, Jon, zieh doch mal Leucht mal Nö, ich leucht nicht Boah, ich mach's nicht So, ein Spaß So, ein Spaß Boah, oh, warte, warte Aber der Progress ist nicht schlecht Den Resten hackst du halt nicht in die Hand Nein, doch Alter, sterbt gleich Baum fällt Ich muss einfach runter schicken Ich spring einfach runter Oha, da kommt der Afe aus ihm Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr ready? Ja Ja Jetzt bereit? Hallo Jungs Hi Jetzt? Ready? Ready? Bist da? Nee Spring Nee Junge, tauben leimann an den Scheiß, kleinen Arsch!